Damit herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Run. Wir werden jetzt ein bisschen gotische Architektur sehen, oder vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, wie viel man von der Architektur sieht. Auf jeden Fall wird BlueEyesWolf euch Gothic präsentieren. Hallo. Wir sehen einen All-Chapters-Run von ihm. Und als Erstärkung im Kommentar haben wir den lieben Kommandos dabei, ich habe den gerade ja schon gehört. Ja, damit seid ihr in guten Händen. Bevor ich den Run starte, noch eine Sache. Es gibt am Anfang einen Trick namens Katapult. Es kann sein, dass ich den nicht hinbekomme. Ich werde den drei bis vier Minuten probieren. Nach drei bis vier Minuten, da renne ich dann in die Orkhöhle. Game-Timer ist im Spiel drin, aber falls ihr noch einen eigenen Timer habt, drei, zwei, eins, los! Lack! Lack! Let's do! Aber Lack brauchst du eigentlich nicht. Du hast ja vor ein paar Tagen erst PB'd. Ich denke, du bist gut eingespielt. Ja, neue PB von 57 Minuten. Ja, kann man schon mal klatschen. Die war gestern. Ich habe auch ein paar Speicherstände gemacht für alle Fälle. Hier geht auf jeden Fall direkt schon der Trick los, den du eben angesprochen hatte, der sogenannte Katapult Bridge. Der kriegt seinen Namen daher, dass bei dem Katapult Bridge unser Charakter quasi wie bei einem Katapult über hohe Distanzen einfach durch die Welt gesteuert wird. Das nutzen wir hier, um einen recht großen Laufweg am Anfang zu überspringen. Das Problem an dem Katapult Bridge ist, der ist recht präzise und nicht immer 100% konsistent. Man muss im Prinzip im Laufen im richtigen Moment das Spiel pausieren und dann sieht man, wenn man richtig pausiert hat, wie unser Held quasi durchs Pausenmenü durchrutscht. Und dann, wenn man wieder das Spiel fortsetzt, schleudert es ihn halt weg. Ja, so! Und das sieht doch gut aus. Das war nicht ganz perfekt. Du brauchst doch Astralian, kannst da gleich den Berg hochlaufen. Also, gar für so ein Joker ist das auch super. Ja, für ein Joker ist das perfekt. Unser Ziel ist nämlich hier, wir wollen direkt zu Anfang mal in den allerletzten Dungeon des Spiels gehen, wo der Endpost auch später zu finden ist. Denn wenn wir das Spiel mit allen Kapiteln durchspielen, was das Ziel der Kategorie All Chapters ist, dann müssen wir mindestens zweimal in diesen letzten Dungeon. Und den ersten Besuch, den machen wir dann direkt zum Anfang. Hat einfach den Grund, dass wir da schon recht früh dann ein paar Zauber, ein paar Sachen kriegen, die wir für den One brauchen. Moment. Einer hat dich beschwert, dass das Spiel zu laut ist. Ich stell das gleich um. Ja, die Sound-Up-Mischung bei Gothic ist eh immer so eine Sache. Es gibt so ein paar gewisse Sounds, die extrem laut sind. Äh, der Rest des Spiels dann nicht so. Aber ja, wenn du dann auf was umstellen willst, dann mach das sonst. Ja. Passt das jetzt? Oder ist es immer noch gleich laut? Okay. Moment. Ich hab grad noch mal geschrieben, dass das Spiel vielleicht nochmal ein bisschen leiser stellen sollst. Sonst mach das mal direkt in OBS, weil ich glaub, wenn du das in den Audioeinstellungen machst, da übernimmt das nicht. Ja. Wenn du direkt in OBS mal die Queile ein bisschen runterdrehst. Mach ich, mach ich. Moment. Gamesound. Zack. Das war wahrscheinlich zu viel. So. Okay. Ich glaube, jetzt dürfte es passen. Jo. Spielen wir weiter. Und wenn es noch nicht passt, dann wird der Fett schon sichtlich werden. Ja. Wir sind ja gleich auch schon an einer recht kritischen, recht gefährlichen Stelle. Ah. Der Ork will's wissen. Genau. Wir sind nämlich hier, wir müssen in dieser Orkhöhle zwei Truhen luten, während die Orks uns teilweise verfolgen und die Orks töten Blumen in einem Schlag, wie man hier sieht. Deswegen ist das so eine recht kritische Stelle am Anfang. Also wir müssen aus zwei Truhen in dieser Höhle Sachen rausholen und dabei lebend an den Orks vorbeikommen. Das ist was, was gerade einmal schief gehen kann. Deswegen hat er auch hier direkt vor der Höhle ein Sicherheitssafe gesetzt. Also hoffen wir mal, dass die Orks jetzt beim zweiten Versuch ein bisschen netter sind und nicht so weit verfolgen. Ich identifiziere mich eigentlich als Ork, aber das akzeptieren die nicht so ganz. Gut. Ja, ich glaube, da waren sie damals noch nicht so weit. Das kam ja 2001 aus, das Spiel. Da waren wir noch ein bisschen weniger tolerant, was das angeht. Aber jetzt hat's geklappt. Jetzt noch zur Höhle rennen. Der hat die Waffe nicht draußen, das ist kein Problem. Und dann haben wir einen Bann am Start. Was wir hier mitgenommen haben aus der einen Truhe sind verschiedene Zauber, die wir an unterschiedlichen Stellen im Mann brauchen. Oha, das war knapp. Also ich habe gerade ein bisschen Delay, aber ich glaube, du meintest eben die Stelle, wo du hier in den Orks freibest. Das sah alles sehr knapp aus, aber Hauptsache man überlebt. Du sagst es, Koma. Und hier ist dieses Tor, was eigentlich uns den Weg zum letzten Dungeon verschweren soll. Aber da haben die Entwickler vergessen, dass oben rechts bei diesem Tor ein kleines Loch ist, das man einfach durchbringen kann. Und somit kommen wir ohne Probleme auch schon zu Anfang in diesem letzten Dungeon. Falls ihr euch fragt, wie Blue in der Luft diese Sprünge machen kann, das geht, weil Blue keine Karte hat. Um das mal ein bisschen näher auszuführen. Also in Gothic ist auf der Kurztaste M öffnet man die Weltkarte. Ist ja in vielen Spielen so. Ist ja bei Gothic so, dass man erstmal auch die Karte im Spiel als Item finden muss. Und wenn man die Karte nicht gefunden hat, dann ist die M-Taste extrem buggy und sorgt dafür, dass wir damit im Sprung einen Extrasprünge machen können. Dass wir damit in den Boden reinklippen können. Also die Taste M, wenn man keine Karte hat, wird im Speedrun für sehr viele crazy Sachen benutzt. Das mit dem in den Boden sinken, seht ihr gleich auch. Da ist nämlich ein weiteres Tor, durch das wir durchklippen. Und hier klippen wir durch, indem wir einfach in den Boden rutschen und dann die Schräge entlang gleiten durch das Tor durch. Und das hat astrein funktioniert sehr gut. In diesem Dungeon gibt's fünf Minibosse, die wir töten müssen, bevor wir den eigentlichen Boss töten. Und von diesen Minibossen werden wir schon bei unserem ersten Besuch ein paar mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele machst du jetzt beim ersten Mal reingehen? Drei. Drei oder zwei? Drei. Zwei war es am Anfang, als ich angefangen habe zu bauen. Mittlerweile machen wir drei, weil's kürzer ist. Genau. Da haben wir ein paar Spreads aus dem Any% in den Old Chapters eingebaut. So, das hier nenne ich gern den Raum des Speichern und des Ladens. Ja, gerade am Anfang werden wir sehr oft speichern und laden. Das liegt daran, dass immer wenn man das Spiel neu lädt, wird die Agro von den allermeisten Gegnern zurückgesetzt. Das heißt, wenn gerade jemand schon dabei war, uns anzugreifen, zum Beispiel jetzt eins von diesen Skritten, wenn wir dann speichern und laden, dann braucht das erstmal wieder ein paar Sekunden, bis es wieder feindlich auf uns wird und wieder versucht uns anzugreifen. Und somit können wir halt an den allermeisten Gegnern komplett gefahrlos vorbeikommen. Das funktioniert aber leider nicht bei Orcs, weswegen man das an der Stelle am Anfang leider nicht machen kann. Und bei Menschen auch nicht. Und bei Menschen auch nicht, genau. Und falls einer Fragen hat zum Gothic Sweet One, jetzt ist eure Chance zu fragen. Der gute Koma erklärt nämlich sehr, sehr gut. Ich versuch's zumindest. Hier warten wir jetzt einfach nur darauf, dass die Skelette diesen Orc-Priester töten. Also diese Orc-Priester, das sind die Mini-Bosse, die ich eben meinte, von denen wir fünf töten müssen. Und Gothic hat so ein recht ausgefeiltes KI-System für die Zeit. Das heißt, verschiedene Arten von NPCs sind auch untereinander verfeindet. Da sind zum Beispiel Skelette und Orcs auch miteinander verfeindet, was dazu führt, dass hier die Skelette gegen den Orc kämpfen und ihn für uns töten. Ich habe aber noch nie gesehen, dass das Skelett, während sie gegen den Orc kämpfen, mich angreifen. Ja, das ist halt so eine Stelle, wo viel außerhalb unserer Kontrolle ist. Wir müssen halt hoffen, dass die NPCs, also die Skelette hier vernünftig kooperieren. Deswegen hoffen wir mal, dass diesmal so den Orc-Priester umhauen, ohne zu Blut zu gehen. Aber das sieht auch gut aus. Und hier ist auch ziemlich RNG-abhängig, wie schnell dieser Orc-Priester stirbt. Manchmal hauen die Skelette wirklich super schnell drauf und manchmal brauchen sie ein bisschen länger. Aber damit haben wir die Stelle geschafft. Und jetzt will Blue hier auf dieser Ecke ins Out-of-Bounce klippen. Und dazu springt er immer wieder in die Ecke, bis das Spiel ihn durchschiebt. Und das war extrem schnell sehr gut. Also die Ecken in Gothic kann ich fast alle richtig gut. Und dann geht es auch direkt weiter zum zweiten Priester. Dadurch, dass wir uns hier im Out-of-Bounce vorweg bewegen, können wir natürlich eine recht direkte Linie wählen und die Gegner umgehen, was es uns ermöglicht, ziemlich schnell zum zweiten Priester aufzukommen. Hier ist wieder eine recht timingkritische Sache. Aber das sieht gut aus. Hier muss nämlich Blue genau im richtigen Moment speichern und laden. Sonst hätte ihn der Orc mit Magie angegriffen. Aber er hat es problemlos geschafft. Nein! Ich glaube, das Spiel darf ich jetzt neu starten, wenn er mich nicht anspricht. Oh ja, ja, wahrscheinlich killt das Spiel eben kurz. Jetzt ist nämlich das Spiel gesoffert im Dialog. Aber es ist kein Problem, Blue hat er direkt davor gespeichert. Ja, killst eben kurz und startet neu, würde ich sagen. Das kann leider gerne passieren. Wenn man in einem Dialog ist, kann man sich nicht bewegen und keine anderen Aktionen durchführen. Und Blue ist jetzt in diesem Dialog festgehangen, weil sein Dialogpartner, dieser Orc, wollte zu ihm gehen. Er konnte aber keine Position erreichen, wo er wirklich vor Blue stand, um mit ihm zu reden. Ach, vielleicht kann man den Namen. Deswegen hätten wir ewig warten können. Sorry, Bild kommt gleich wieder. Ich lass die Seelschwert jetzt einfach sein. Nimm die Whisky-Schwert. No. Und hier ist halt immer das Ding, wir wollen den Orc auf dieses Gitter locken, damit er in die Stacheln da unten reinfällt. Aber das Ganze muss schnell genug geschehen, bevor dem Orc wieder einfällt, dass er eigentlich im Dialog ist und wieder mit Blue reden will. Nein! Ah, jetzt spielt er da noch rum. Und mit diesem in den Boden reinklippen, was Blue hier macht, kann man dann den Orc dazu bewegen, ein bisschen vorwärts zu gehen. Aber es ist alles nicht wirklich hundertprozentig konsistent. Man muss halt immer auch darauf hoffen, dass die NPCs ein bisschen kooperieren. Jetzt. Jetzt hat er geutscht. Jawohl. Genau, an diesem Geräusch, diesem Schrei von den Orc, kann man immer ganz gut erkennen, ob der Orc anfängt vorwärts zu gehen. Jawohl. Der Orc wird jetzt auf diese Stacheln gelockt und mit jedem Mal, wo Blue jetzt speichert und lädt, kriegt der Orc wieder Schaden davon, dass er auf diese Stacheln fällt. Oder Rot durch Menü. Genau. Das ist tatsächlich die Orc-Priester, die töten wir alle. Zumindest in dieser Kategorie töten wir einige davon, ohne dass wir wirklich gegen die kämpfen, einfach weil in diesem Tempel viele Fallen sind, die wir uns dafür zum Nutzen machen können. In den kurzen Kategorien werden tatsächlich sogar alle fünf von diesen Orc-Priestern getötet, ohne dass wir aktiv eingreifen, sondern wirklich nur durch Fallen, durch Runterschmeißen und derartiges. Ich bin in der Ecke, Sonneblende gerade ein bisschen rein. Dieses durch die Ecken ins Out-of-Bounds klippen ist leider etwas, was nicht super konsistent in Gothic ist. Also früher oder später schafft man es immer, aber es ist halt die Frage, wie schnell das dann geht. Wahrscheinlich auch gerade ein bisschen schwierig zu sehen, weil es in dieser Stelle recht dunkel ist, aber Blue macht im Prinzip das gleiche, was wir auch schon nach dem ersten Priester gemacht haben. Also er guckt genau in die Ecke und setzt so lange Sprünge, bis er dann durch die Ecke rausklippt. Und jetzt hat er es geschafft, sehr gut. Sticky Web, Erfolg! Genau, an dieser Stelle Shoutout an Poseidon, der im Chat ist und den Namen für dieses Chat erfunden hat. Jawoll! Und jetzt ist Blue auf dem Weg dahin, also was der Hauptgrund ist, warum wir den ersten Besuch hier durchführen. Wir müssen nämlich ein magisches Schwert aus diesem Tempel rausholen, das heißt Uriziel, und das holen wir uns jetzt. Und nebenbei töten wir noch einen weiteren Priester. Ja, so ganz nebenbei. Ach komm schon. Es geht aber auch jeder Trick schief, den ich probiere. So. Aber was Blue hier macht, ist er hat einen Zauber gezogen, weil Zauber sind ein bisschen verglitscht, in dem Sinne, dass man mit dem Zauber aus der Distanz auf Gegenstände zählen kann. Er hat jetzt hier das sonderbare Schwert aus der Distanz mit dem Zauber anvisiert und dann aus 30 Metern Entfernung aufgehoben. Sogenannter Chroma-Fokus-Glitch. Genau, der wurde von Blue tatsächlich entdeckt und er hat in den kurzen Kategorien eine Stelle, die vorher ziemlich hart war, komplett zu 100% konsistent gemacht. Der gleiche Glitch setzt er auch nochmal ein, um hier den Priester zu looten, ohne dass er die Falle nochmal trickern muss, wenn er einen herangeht. Und der Punkt hier ist so die große Routenänderung in All Chapters, die es in der letzten Zeit gegeben hat, die den Warn um einige Minuten gekürzt hat. Er hält jetzt nämlich hier mit seinem Zauber über diese Distanz zwei von diesen Minecrawler-Eiern auf. Minecrawler-Eier brauchen wir für die eine Hauptquest drei Stück. In diesem Tempel gibt es zwei und eigentlich müsste man in einen komplett anderen Dungeon nochmal gehen, um die restlichen Eier zu holen. Darum werden wir dann nachher handeln. Genau. Das wurde erst vor relativ kurzem entdeckt. Es gibt seit einiger Zeit eine Möglichkeit, Gegenstände zu dupen, wodurch wir uns diesen zweiten Dungeon komplett sparen können, indem wir halt diese zwei Eier hier schon aufheben und die dann dupen. So, bei der Ecke habe ich noch einen Trick für alle, die das mal wann wollen. Einfach minimal nach links, nicht 45 Grad und ihr kommt immer durch die Ecke durch. Das war jetzt auch zum Glück das letzte Mal, dass wir durch so eine Ecke rausklippen mussten. Also jetzt sind eigentlich so die ganzen Sachen, die wirklich inconsistent sind, die wirklich Glück brauchen, sind jetzt eigentlich abgeschlossen. Hier nutzen wir nochmal den Zauber, um außer Distanz eine bestimmte Spruchrolle aufzuheben, die wir in ein paar Minuten brauchen werden. Gut, dass ich gespeichert habe. Das ist immer gefährlich, wenn wir im Out-of-Bounce sind und unter uns Terrain ist, auf dem wir gehen können, dann können wir einfach aus dem Out-of-Bounce gerade runterfallen. Das heißt, wenn unter uns Höhlen sind oder dergleichen, müssen wir immer aufpassen, dass wir da rüberspringen und nicht aus Versehen runterfallen. Und damit sind wir auch fertig in diesem Dungeon, also bis zu unserem zweiten Besuch. Ja. Ich hatte wirklich Angst am Anfang, dass Katapult und der Ork-Tempel nicht funktionieren, aber jetzt kann ich sagen, wir haben ein Bun. Genau. Wie gesagt, ab jetzt ist es eigentlich ziemlich consistent. Da waren noch nicht mehr viele Sachen, die wirklich glückabhängig sind. Und dank dem Crash bin ich jetzt in fünfeinhalb Minuten durch. So schnell war noch keiner. Ja. Quasi wie Airpace gerade. Genau. Genau. Falls ihr euch fragt, wegen der Game Time, das ist, wir nutzen für Gothic Speedrunning bestimmte Patches, mit denen wir das Spiel spielen können, so wie es bei Release war, ohne dass es dauerhaft crasht. Und wir haben auch einen Timer-Plugman drin, das uns die Zeit ohne Ladezeiten direkt im Spiel anzeigt. Aber der Timer wird natürlich zurückgesetzt bei einem Neustart des Spiels, was wir jetzt gerade gezwungenermaßen hatten. Ja. Meine Katze ist out of mounts. Ja. Das sieht man jetzt nicht, aber ich mache denselben Trick mit dem Hochspringen wie bei dem Ork-Tempel-Eingang, ganz am Anfang. Und damit ich weiß, wo ich los springe, zähle ich halt die Sprünge, wie oft ich springe. Genau. Und ihr seht, glaube ich, schon diesen schwarzen Punkt in der Mitte, auf den Blue gerade zielt. Das ist der Eingang zu dem nächsten Dungeon, in den wir rein wollen. Und da machen wir dann ein bisschen Content für Kapitel 5. Da könnte man vielleicht eh nochmal sagen zu der Kategorie All Chapters. Also Gothic an sich kannst du, wenn du Any% spielst, super schnell durchbringen. Also der WR für Any% ist unter neun Minuten. Da sieht man aber nicht viel vom Spiel und auch nicht viel von den coolen Glitches, die man für Speedrunning benutzen kann. Deswegen ist für Showcase eigentlich diese All Chapters Kategorie ziemlich gut, weil man bei der das Ziel hat, alle sechs Kapitel zu triggern. Und dafür muss man große Teile der Hauptstory machen, die aber nicht linear aufeinander aufbaut, sondern man kann die meisten Sachen quasi schon von Anfang an machen. Wodurch man wirklich bei diesem Wand kreuz und quer durch die Map geht. Und das hat nichts mit einem Casual placement zu tun, was man hier macht von der Reihenfolge her. Aber es zeigt doch das meiste vom Spiel. Mhm. Und der Speedrunner macht ne Menge Spaß. Ja, finde ich auch. Das finde ich beim Any% immer nicht so schön. Ja, ist halt eh immer das Ding bei so kurzen Kategorien. Je kürzer, je optimierter der Wahn ist, desto mehr ist es eigentlich nur noch ein Resetfest. Und das ist gerade bei Any% so mit diesen Clips ins Out of Bounds, die extrem inconsistent sind. Keine Ahnung, wo man jetzt nicht die Augmedizin nehmen wollte. Ja, sonst geht's auch auf dem herkömmlichen Weg mit direkt aufheben, ne? Ja. Diese Orkmedizin hat Blue gerade geholt, damit er mit dem Orksklaven, der da oben auf dem Brett sitzt, drehen kann. Der gibt uns die Quest, die wir für Kapitel 5 brauchen. Die Quest, ein Ulumulu zusammenzubauen. Das Ulumulu, das ist so eine orkische Kriegsstandarte. Und wenn man das Ulumulu trägt, dann greifen ein Orks nicht mehr an. Und um dieses Ulumulu zusammenzubauen, müssen wir so vier von den stärksten Monstern, die es in Gothic gibt, töten und jeweils von jedem Monster eine Trophäe hier abgeben. Und deswegen holen wir uns schon möglichst früh am Anfang diese Quest, damit wir die Fähigkeit lernen, diese Trophäen von den Monstern abnehmen zu können. Und dann werden wir halt, während wir durch die Map laufen, um unsere anderen Ziele zu erledigen, auf dem Weg dahin jeweils noch die Viecher mitnehmen, wenn wir sie finden. Auch ganz interessant zu den Trophäen, wenn man das nicht macht und alle Monster tötet und sich dann die Quest annimmt, spawnen neue Monster extra für die Trophäen. Genau, da haben sie tatsächlich mitgedacht bei der Entwicklung, dass man sich das Spiel nicht softlocken kann, wenn man quasi alle Viecher schon getötet hat, bevor man die Quest annimmt. Ja. Hier kommt ein schwieriger Sprung an die Kante hoch, aber Astrein First Try gemacht, sehr gut. Ja, weil hier gerade von Quarks die Frage im Chat kommt, wie es in Gothic mit der Story aussieht, dass diese Speedrun leider ein bisschen ungünstig, um die Story zu erklären, weil das, was wir machen, ist halt wirklich kreuz und quer durch die verschiedenen Kapitel und durch die verschiedenen Storyabschnitte durch. Wir halten hier keine stringente Reihenfolge ein, deswegen, wenn ihr Gothic noch nie gespielt habt, werdet ihr, glaube ich, nach dem Warn her auch nicht wirklich genau über die Story sein. Nun, ich kann euch die Anfangsgeschichte ganz leicht erklären. Ihr werdet in eine Kolonie geschmissen mit einer magischen Barriere und euer Ziel ist es auszubrechen. Ja, das fasst gut zusammen. Das wäre das, was wir so in der Intro-Cutzing gesehen hätten, wenn wir sie uns angeschaut hätten. Hier ist wieder so eine längere Section, wo wir durchs Out of Bounds laufen zu unserem nächsten Ziel. Das ist halt so, der direkte Weg von A nach B geht oft durch Berge, durch Höhlen und sowas durch. Deswegen, gerade am Anfang gibt es einige Sections, wo wir wirklich längere Zeit des Out of Bounds laufen. Das tun wir hier gerade, um zum neuen Lager zu kommen. Es gibt drei Lager in Gothic und ein dieser drei Lager müssen wir beitreten für Kapitel 2. Und da ist für uns das Lager, dem wir beitreten werden, das neue Lager. Und jeweils, um dem Lager beizutreten, muss man ein paar Quests für dieses jeweilige Lager erledigen. Deswegen nehmen wir jetzt schon mal ein paar Quests, die wir für die Aufnahme im neuen Lager brauchen. Das nehmen wir jetzt schon mit. Unsere erste Aufgabe dafür ist, hier im neuen Lager Sumpfkraut zu verteilen. Sumpfkraut entspricht so in seiner Wirkung, wie es dargestellt wird, ungefähr dem Cannabis aus der echten Welt. Und das wird hier von den ganzen Verbrechern auch aktiv konsumiert. Das heißt, wir betätigen uns hier als Sumpfkraut-Dealer und verteilen ein paar Joints an die Leute hier. Ah, also bitte Finger weg von Drogen. Ah, wo bin ich denn? Nebenbei handeln wir hier auch mit diesem Magier, einfach um uns ein paar Zauber noch zu kaufen, die wir in ein paar Minuten brauchen werden. Und auch als Belohnung für diesen Quest, den wir gerade machen, also für das Grasverzweigen, kriegen wir auch nochmal ein paar Zauber. Das heißt, wenn wir damit durch sind, dann haben wir eigentlich auch so ziemlich alles geset-upt, was wir jetzt erstmal für die nächste Zeit brauchen werden an Zaubern und Ausrüstung. Ach, was mache ich denn? Und hier bei Buster lernen wir jetzt ein sehr wichtiges Talent, Akrobatik. Akrobatik gibt uns eine neue Sprunganimation. Mit Akrobatik gehen unsere Sprünge, ihr seht es ja schon, sehr weit. Wir geben nicht mehr so viel Höhe, aber extrem viel Distanz. Das Problem ist nur, jetzt wo wir Akrobatik haben, können wir nicht mehr diesen Sprung durch die Ecken ins Out of Bounds machen. Deswegen ist auch noch ein Grund dafür, dass wir ganz am Anfang den ersten Besuch im Stefa-Tempel machen, damit wir halt noch unsere alte Sprunganimation haben und damit Out of Bounds kommen können. Denn das geht jetzt mit Akrobatik nicht mehr. Aber Akrobatik spart sehr viel an Laufwegen, weil diese Akrobatik-Sprünge super schnell sind. Deswegen ist es schon eine Pflicht, das mitzunehmen für den Speedrun. Hier rüstet Blue jetzt schon mal seine ganzen Zauber aus, die er in der nächsten Zeit brauchen wird. Und einen davon seht ihr auch direkt in Action, nämlich freundlich Stimmen. Vor uns ist eine Torwache, die uns eigentlich nicht durchlassen will. Aber mit dem freundlich Stimmen-Zauber lässt sie uns durch. Und das zählt jetzt direkt schon als ein abgeschlossener Quest für unsere Aufnahme im neuen Lager. Weil der Typ, mit dem wir hier gerade reden, Laras, ist derjenige, der entscheidet, ob wir aufgenommen werden dürfen. Und der ist dann so beeindruckt davon, dass uns seine Torwache vorbeigelassen hat, dass wir direkt schon quasi ein Stein im Brett haben bei ihm. Also eine unserer Aufgaben schon erfüllt haben für die Aufnahme hier. Da bringt uns auch noch ein bisschen stärker bei, damit wir gleich das sonderbare Schwert, was wir aus dem Tempel geholt haben, auch tragen können. Und dann geht's direkt ins Out of Boards weiter zu unserem nächsten Ziel. Wir machen jetzt Content aus Kapitel 3 und aus Kapitel 5. Wir fangen nämlich jetzt an die ersten Trophäen zusammen für unser Ulumulu. Und wir sammeln auch unseren ersten Fokus-Stein. Das ist so der Content von Kapitel 3. Wir müssen fünf Fokus-Steine sammeln, die quasi einmal über die Ecken von der Map verteilt sind. Und die sind von Anfang an schon da gespawnt, wo sie jeweils liegen. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis wir erst regulär in Kapitel 3 sind, sondern wir können sie schon so früh wie möglich mitnehmen, wenn wir gerade an den entsprechenden Stellen sind. Und der zweite Raum des Speichern und des Ladens. Genau. Gerade wenn es um Skelette geht, muss man recht häufig Speichern und Laden, weil Skelette ziemlich schnell nach dem Neuladen ihre Akku wiederkriegen. Und um sicher zu sein, dass die Skelette uns nicht töten, weil im Moment stellen wir noch von einem Schlag, wird hier immer gespeichert und geladen, dass wir halt nicht getötet werden. In dieser Truhe ist auch schon der Fokus-Stein, den wir brauchen. Und wenn ihr viel Erz aus der Truhe nehmen wollt, immer Shift drücken. Genau, damit nimmt man Items quasi in hunderter Schritten mit. Ja. Ich bin früher so oft an der Truhe gestorben, weil ich es nicht gewusst habe. Ja, wenn du da in 10er oder sogar nur in 1er Schritten das ganze Erz rausholen willst, da bist du eine Weile drin und dann greifen die Diskrette schon an. In 10er Schritte. Ah ja, genau, 10er Schritte mit Altgedrücktheiten. Da ist es schon deutlich schneller mit Shift. Wo hat den Schattenläufer? Oh, ich wollte gerade sagen ohne Speichern, aber ne, du speicherst sehr gut. Hier kann es nämlich gerne passieren, dass der Zauber, der Feuersturm, den du hier schmeißt, durch den Schattenläufer durchfliegt. Deswegen lieber sich jetzt aber mal speichern, aber es ist auch gut gegangen. Ich habe gespeichert. Ja, genau. Ich dachte erst, du speicherst nicht, aber dann habe ich gesehen, du speicherst doch. Ich speicher immer auf dem Stein. Ja, ist auch eigentlich genau so richtig. Ja, damit haben wir das erste Trophäenstück für unser Ulu Mulu. Das war nämlich das Horn von diesen Schattenläufer. Das geht auch jetzt gleich direkt weiter zum zweiten Stück. Einmal ein bisschen über die Berge springen. Wir sind hier quasi in dem Gebiet, wo wir ganz am Anfang waren. Also rechts von uns geht es in Richtung von diesem Tempel rein, wo wir am Anfang drin waren. Jetzt tötet Blue ein Feuerwaran. Das ist ein weiteres Tier, was wir für das Ulu Mulu brauchen. Und hier nutzt er einen ziemlich coolen Glitch, bei dem er den Effekt von einem Zauber auf einen anderen überträgt. Wir haben zwei Zauber. Einmal einen Eisfail, das ist halt ein Distanzangriff, der Schaden macht. Und den Eisblock. Der Zauber macht Schaden und friert Gegner ein. Und Blue schießt einen Eisfail auf den Feuerwaran. Während der Eisfail fliegt, wechselt er seinen Zauber auf Eisblock. Und das sorgt dafür, dass in dem Moment, wo der Eisfail den Gegner trifft, wird der Effekt von dem Eisblock ausgelöst. Das heißt, ein Eisfail trifft ihn und friert den Gegner ein, obwohl das eigentlich nur der Eisblock kann. Und nachdem er den Feuerwaran getötet hat und die Zunge ist das, glaube ich, vom Feuerwaran? Ja, ist die Zunge. Genau, ne? Also die Trophäe, die wir brauchen, mitgenommen haben, geht's direkt zu Xardas. Xardas ist so ein NPC, der gerade zum Ende hin für die Story sehr wichtig ist und die weiter treibt. Und der kann auch was mit diesem sonderbaren Schwert anfangen, was wir aus dem Tempel rausgeholt haben. Nachdem wir das bei Xardas einmal abgegeben haben, können wir es nämlich als Waffe führen. Vorher ist es nur ein Quest-Item. Und Xardas erzählt uns auch, dass dieses Schwert jetzt noch nicht seine vollständige Kraft hat. Das heißt, mit einem gewissen Zauber könnte man das Schwert noch magisch aufladen. Und das ist das, was wir für Kapitel 6 machen müssen. Wir warten jetzt quasi darauf, dass Xardas diese magische Formel fertigstellt. Und in der Zeit machen wir andere Aufgaben. Und dadurch, dass wir jetzt mit Xardas geredet haben, haben wir auch Zugang zu diesem Turm gekriegt, auf dem Blue gerade hinzufliegt. Und darin ist die beste Rüstung des Spiels, kann man sagen. Die werden wir uns jetzt schon recht früh holen. Und sobald wir die haben, sind eigentlich alle Gegner kein Problem mehr für uns. Das Problem ist, wir leveln ja nicht wirklich oder nutzen diese Level wie im Casual-Place-Woo. Wenn wir Pech haben, kann man immer noch vom Ork-Sharmon erledigt werden, ganz am Ende. Ja, genau. Also wenn man Pech hat, dann könnt ihr immer einiges viel gehen bei Gothic. Aber so durch normale Angriffe von normalen Kreaturen werden wir, sobald wir diese Rüstung haben, fast gar keinen Schaden mehr kriegen. Ja. Und diese Rüstung zu holen, ist auch eine Voraussetzung für Kapitel 6. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Save-Streat, dass wir das machen, sondern die brauchen wir so oder so. Neben dieser Rüstung ist in der Truhe auch ein Teleport-Zauber zu den Feuermagiern. Und die Feuermagier, die sind so ziemlich in der Mitte von der Spielwelt. Deswegen werden wir öfters diesen Teleport zu den Feuermagiern nutzen, wenn wir halt irgendwo von A nach B kommen müssen. Einfach weil wir von den Feuermagiern aus recht schnell zu vielen Orten in der Welt kommen. Und das tun wir auch direkt. Hier kann es gleich passieren, dass wir direkt nach unserem Teleport angegriffen werden. Deswegen hast du auch Sicherheitshalber gespeichert davor. Aber wenn man schnell genug ist, kommt man eigentlich hier raus, bevor man angegriffen wird. Ja, das sieht doch gut aus. Der Witz an der Sache hier ist, Milton ansprechen ist schneller als durchzublitschen durch die Wand. Also man kann auch durch die Wand durchglitschen, aber es dauert länger. Ja, der Dialog von Milton, der wird quasi immer ausgelöst, wenn man dann in seine Nähe geht. Und bevor man jetzt einen riesen Bogen außen rum geht, einfach einmal kurz den Dialog machen und fertig. Wir sind jetzt hier im alten Lager. Aber wir machen eine Mission, die auch für das neue Lager ist. Wir wollen ja dem neuen Lager beitreten, müssen dafür ein paar Missionen machen. Und dafür haben wir uns jetzt hier eine Mission geholt, die je nachdem, wie wir in dieser Mission vorgehen, entweder für das alte oder für das neue Lager auch helfen kann. Da geht es nämlich um diesen NPC, mit dem jetzt Blue gerade redet, um Mordrak. Den will jemand aus dem alten Lager loswerden. Er gehört nämlich zum neuen Lager dazu. Das heißt, wir sagen ihm, er soll mit uns zum neuen Lager gehen. Wir lassen ihn alleine losmarschieren, weil wir brauchen keine Eskorte zum neuen Lager. Aber dadurch, dass wir mit ihm geredet haben, denkt das Spiel, dass uns dieser NPC ins neue Lager eskortiert wird. Und das zählt dann wieder als eine erfolgreiche Quest fürs neue Lager. Jetzt gehen wir auch schon direkt wieder zum nächsten Ziel. Was wir jetzt machen, ist einen weiteren Fokus-Stein holen. Also wieder Content für Kapitel 3. Man kann auch ganz schön sehen hier das generelle Movement. Blue nutzt immer in den Sprüngen die M-Taste, um nochmal extra Sprünge in der Luft zu machen, um halt sich wirklich schnell durch die Luft zu bewegen. Und gerade dann mit diesen Akrobatik-Sprüngen, die recht weit nach vorne gehen, kann man so quasi durch die Welt fliegen. Sieht so ein bisschen wie Superman aus in dieser Sprung-Animation. Ja. Superman hat von dem Gothic-Helden gelernt. Ja. Hier in der Truhe ist ein Verwandlungszauber drin. Und den nutzen wir jetzt gleich, um Out-of-Bounce zu klippen. Das ist eine Verwandlung an der Fleischwanze. Eine ziemlich kleine Kreatur. Und das trifft sich ganz gut. Ihr seht nämlich hier vor Blue dieses Brett auf dem Boden. Und das ragt so ein bisschen ins Out-of-Bounce raus. Deswegen verwandeln wir uns an der richtigen Stelle. Wenn wir nicht gerade vor dem Snapper angegriffen werden. Ich habe das vergessen. Ich glaube, du brauchst Mana. Ja. Wir kennen uns immer an der Stelle. Ihr habt das gerade schon gesehen bei den Angriffen, die durchkamen. Die Viecher machen wirklich überhaupt keinen Schaden mehr. Einfach, wenn wir diese übermächtige Rüstung anhaben. Und mit dem Mana geht das dann auch, dass wir uns verwandeln. Und weil das Brett ins Out-of-Bounce rausguckt durch die Wand, kommen wir dann, wenn wir die Verwandlung wieder beenden, stehen wir im Out-of-Bounce dann. Mhm. Damit gehen wir den direkten Weg hier zu dieser Truhe, in der der nächste Fokusstein drin ist, den wir brauchen. Außerdem noch ein paar Zauber, die brauchen wir am Ende. Mhm. Auch zum Troll, den darf ich nicht vergessen. Genau. Das ist jetzt zum einen wieder fürs Ulu Mulu eine Aufgabe und auch ein weiterer Fokusstein, den wir hier holen. Ja. Das Problem ist, ich vergesse einfach immer den Troll. Ich werde versuchen, dich zu erinnern, wenn du ihn gleich vergisst. Ja, okay. Diesmal habe ich daran gedacht. Es sind schon so viele Wands bei mir gestorben, deswegen bin ich direkt zum Alma nachgerannt. Ja, ja. Ja, ist auch das Ding, wenn sich die Route immer ändert und so, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, ärgerlich. In letzter Sekunde kam ja noch der Dialog, aber ist kein Problem. Nein, komm zurück! Den Troll jetzt, den töten wir sogar fast so, wie es casual gedacht wird. Denn beim Troll in der Nähe ist eine Schrumpfenspruchrolle, die, wie man sich schon denken kann, Monster schrumpft und damit auch wirklich starke Monster super schwach macht, ihre Resistenzen runter macht und sie greifen nicht mehr an. Und diese Schrumpfenspruchrolle wurde sogar storymäßig da so platziert, dass man damit den Troll besiegt. Eigentlich natürlich erst viel später im Storyverlauf, aber es funktioniert schon von Anfang an. Weil sobald man das Spiel startet, sind diese ganzen Items alle schon da. Die Schrumpfenspruchrolle ist da und der Troll ist auch schon da. Und Darth Anakin, ich kann es dir nur raten. Es ist immer wieder schön, Gothic zu zocken. Ja, generell an jeden, der Bock hat, die Runs zu lernen. Es gibt in letzter Zeit eine recht aktive Speedrun-Szene, sogar viele deutsche Runner auch. Also wenn ihr da Lust habt, den Runs zu lernen und Hilfe braucht, schreibt gerne mich an. Geht gerne auf den Gothic Speedrun-Discord-Server. Es sind keine schwierigen Runs und die bringen wirklich Spaß. Also wir freuen uns immer über neue Runner. Und wir helfen auch jedem neuen gerne. Genau. Hier wird jetzt nochmal der Glitch benutzt, bei dem ein Zauber-Effekt auf den Eisfail übertragen wird. Und damit kann Blue den Troll jetzt außer Distanz schrumpfen, ohne dass er den Schrumpfensauber komplett durchcasten muss. Genau, sehr gut. Und als geschrumpfter Troll kriegen wir noch mit einem Schlagproblem ist tot. Wir nehmen seine Hauer mit. Und dann von da oben noch den Fokus-Stein, der hier ist. Ein bisschen schwierig anzuvisieren mit dem Zauber-Gritch, aber da hat er ihn sehr gut. Ja, und wir verwandeln uns nicht mehr durch. Das dauert länger. Außenrum rennen geht schneller. Ja, hier die top aktuellen Strats von Blue-Eis-Wolf. Ne, von Black-Hoof. Ja, aber ich meine, du nutzt die aktuellen Strats, auch wenn sie noch gar nicht so alt sind. Ja, ja. Ein paar Wochen sind sie alt. Genau. Davor wurde noch hier eine zweite Fleischschwanze eingesetzt, damit wir wieder in eine Wand reinklippen und dann Out-of-Bounds zu unserem nächsten Ziel gehen. Aber da hat der momentane WR tatsächlich eine bessere Strats. Und die übernimmt du jetzt auch direkt. Ja, was war das denn? Oh, da bist du kurz durch die Decke, äh, durch den Boden, glaube ich, ins Out-of-Bounds geklippt und hat das Spiel dich, äh, oben wieder abgesetzt. Würde ich schätzen. Weißt du gar nicht, dass das da geht? Ja, geht auch nicht richtig. Das ist, glaube ich, kein Out-of-Bounds, den du dich richtig bewegen kannst. Deswegen kommst du auch direkt wieder dann oben, also wirst wieder oben abgesetzt quasi. Mhm. Wir gehen jetzt wieder ins neue Lager. Wir haben jetzt nämlich unsere Aufgaben soweit fertig, dass wir aufgenommen werden können. Und wir haben auch Level 5 inzwischen erreicht, beziehungsweise erreichen es, wenn wir unsere Dialoge hier fertig haben. Und das sind so die beiden Voraussetzungen, um im Lager aufgenommen zu werden. Man muss halt die entsprechende Anzahl an Missionen für das Lager erledigt haben und mindestens Level 5 sein. Ja, oben kann man jetzt schon die Hütten sehen, wo wir vorhin schon unterwegs waren und das Gras verzeilt haben. Wir gehen jetzt noch einmal zu der Kneipe, die hier in der Mitte vom See ist. Da haben wir nämlich noch einen kurzen Dialog für eine weitere Quest. Die hat uns der Anführer von den Banditen hier vorhin gegeben. In dieser Kneipe ist ein weiterer Sumpfkrauthentler. Und dem nehmen wir jetzt quasi sein Sumpfkraut ab. Und den Gewinn davon geben wir beim Anführer ab. Und das reicht dann auch, dass er uns aufnehmen will ins Lager. Wir geben dem Sumpfkraut-Händler hier einmal ein Bier aus. Dann drehen wir dem ein bisschen zu. Ja, willst du nicht vielleicht doch lieber deinen Sumpfkraut loswerden? Und dann gibt es uns tatsächlich. Also, ob das wirklich gute Geschäftspraktiken sind, das überlasse ich euch. Aber es funktioniert zumindest. Und damit können wir uns offiziell im neuen Lager aufnehmen lassen. Und niemals den Wein des Todes davor nehmen, sonst ist der Wand dead. Ja, genau. Weil das ist oft so. Wenn man hier rein läuft, visiert man diesen Wein an. Und wenn man dann die Taste drückt, mit der man eigentlich mit Laris reden wollte. Aber man hat noch den Wein anvisiert. Hebt unser Charakter den Wein auf. Dann wird Laris direkt sauer, weil man hier am Klauen ist. Greift uns an und der Wand ist tot. Aber lange man daran denkt, passiert es auch nicht. Jo, jetzt sind wir offiziell Bandit. Jetzt sind wir quasi schon in Kapitel 2. Wir müssen aber noch an einer bestimmten Stelle mit einem NPC reden. Damit wir wirklich den Bildschirm von Kapitel 2 triggern. Aber wir haben jetzt alle Voraussetzungen schon erfüllt. Und damit gehen wir jetzt zum ersten Mal in Richtung Sumpflager. Im Sumpflager ist der NPC, der Kapitel 2 für uns triggert. Und egal welchem Lager man beitritt. Die Story geht danach casual-mäßig immer im Sumpflager weiter. Deswegen gehen wir jetzt auch da hin. Im Weg starten wir noch einmal der Goblin-Höhle einen kleinen Besuch ab. Da ist nämlich auch noch ein Quest-Item, was wir benötigen, um Kapitel 3 freizuschalten. Und die Goblins sind überhaupt kein Problem für uns, weil wir eben diese mächtige Rüstung haben. Das sieht man kaum, wenn die uns treffen an unserer Lebensleiste. Die fühlen sich dann an wie ein paar nervige Fliegen. Genau. Das Einzige, was nervig ist, ist wenn wir gerade an der Truhe sind und dann getroffen werden. Dann springt unser Held quasi von der Truhe weg, wenn er die gerade am Öffnen war. Das ist das Einzige, wie uns die Goblins stören können. Oder wenn man mit der Truhe mit der Kamera hängt. Oh ja. Da kann es dann sogar das Spielsoft locken, wenn man quasi von der Truhe weggehen will und dann direkt vor einem Gegner ist. Dann bleiben wir manchmal in der Truhe stecken und kann sich nicht mehr bewegen. Das passiert gerne am Anfang mal bei den Truhen, wo die Orks uns zuher laufen. Nachdem wir bei den Goblins waren, holen wir jetzt noch einen weiteren Fokus-Stein. Das ist dann auch schon der letzte, den wir brauchen, ne? Äh, einer ist dann noch beim Sumpflager, aber ja, das ist glaube ich schon der letzte, den wir ja so holen können. Ah ja, ja genau, genau. Also einen kriegen wir doch im Rahmen eines Quests auf dem Sumpflager, aber das sind so die, die hier in der offenen Welt rumliegen, die haben wir dann geschafft. Genau, das sind dann immer vier Stück. Das sind insgesamt fünf Fokus-Steine. Vier kann man sich sofort holen. Ja, und den fünften überspringt man quasi dadurch, dass wir gewisse Dialoge überspringen. Mhm. Hier auf dieser Festung ist der letzte Fokus-Stein. Und weil wir mit unseren Sprüngen nicht so hoch springen können, gehen wir hier möglichst weit den Felsen hoch, damit wir dann nicht so weit in der Luft rum springen müssen, um an Höhe zu gewinnen. Ja. Und dann fliegen wir so ein bisschen so einen Halbkreis, damit wir oben auf der Plattform landen können und den Fokus-Stein mitnehmen können. Mhm. Was dran. Normalerweise lässt das Game solche Sprünge, wie ich gerade gemacht habe, nicht zu vom Anfang. Normal muss man erst zwei, drei Schritte laufen, aber wenn man Alt drückt und direkt M, kann man von jeder Stelle im Spiel springen. Egal ob das Spiel blockiert oder nicht. Ja, genau. Geht zum Beispiel auch, wenn man durch Höhlengänge am Springen ist. Weil wenn man nicht viel Platz nach oben hat, also wenn die Decke zu niedrig ist, weigert sich unser Held eigentlich, Sprünge zu machen. Aber auch da kann man mit Alt und M wieder Sprünge durchführen, wo sie eigentlich nicht möglich wären. Ja. Ich zeig's gleich mal in der Orkhöhle. Jo. Genau, die Orkhöhle ist jetzt der Dungeon, den wir als nächstes betreten. Das ist so eine Art alter Friedhof, wo sehr viele Orks drin sind. Normalerweise müssen wir erst ein paar Story-Sachen erledigen, damit wir reinkommen können. Aber wir kleppen einfach in die Wand rein, ins Out of Bounds. Bringen wir nach vorne. Ich drücke jetzt Alt, jetzt springt nix. Und jetzt habe ich Alt und M gedrückt. Genau. Also man sieht so die Restriktionen dafür, dass man eigentlich bestimmten Content erst in gewissen Kapiteln machen können sollte. Funktioniert nicht wirklich im Gothic. Ja. Ich find's super programmiert. Macht auf jeden Fall echt für einen spaßigen Speedrun. Dadurch, dass man halt nicht so linear die Story-Elemente durcharbeitet, wie es eigentlich im Casual-Play-Flash war. Ja. Mhm. Das, was hier jetzt gerade passiert, das wird storymäßig in Kapitel 3 stattfinden. Also die im Sumpflager, die schicken eine Expedition in diesen Friedhof. Und unsere Aufgabe ist dann nachzusehen, was mit dieser Expedition ist. Das Sumpflager, das betet einen ja so eine Art Gott an. Das nennt sich Schläfer. Und die suchen nach Spuren von diesem Schläfer hier im Friedhof. Und da sollen wir dann nach dem Rechten schauen, weil von der Expedition nichts mehr gehört wurde. Und damit wir mit dem NPC hier reden können, müssen wir erstmal alle Orks, die ihn angreifend besiegen. Das geht aber dank unserer Waffe und unserem guten Schwert recht schnell. Und deswegen haben wir vorhin auch die Stärke gelevelt. Genau, weil das kommt genau hin. Mit allen unseren Level-Ups investieren wir alle in Stärke. Und so können wir dann genau richtig das Schwert tragen und sind stark genug, um diese Orks-Sperre mit zwei Schlägen zu töten. Chat kann ich nicht ganz so gut lesen, das übernimmt heute ein bisschen der Koma. Juju. Weil bei dem Wann muss ich mich doch ein bisschen konzentrieren. Ja, vor allem läuft's echt gut bis jetzt, ne? Ja. Kann mich grad nicht an irgendwelche Stellen erinnern, die jetzt komplett schiefgelaufen sind. Höchstens der zweite Orks-Scharmane, aber das ist Kleinigkeit. Ja, gut, aber ich muss es halt ein paar Mal neu laden, aber es ist nichts, was irgendwie groß schlimm wäre. Ja. Hier ist so der einzige Gegner, der ein bisschen schwierig werden kann in dem Friedhof der Orkkriege. Weil der macht tatsächlich ein bisschen Schaden, aber wurde auch souverän erledigt vom Blue-Eis-Wolf. Blackhoof ist der, wie er halt gerade kurz zu nah ist. Weltrekordhalter. Aber vielleicht bin ich das ja bald auch. Kampfansager am Blackhoof ist raus. Ja. Die Ansage ist schon raus. Nein, nein, nein. Tu mir nicht da hängen. Ah, sonst. Okay, ne, ich glaub, er fängt sich ja sehr gut. Er hat sich gefangen. Das ist bei Dialogen immer so schwierig, wenn er jetzt wirklich komplett gegen die Säule gelaufen wäre, hätte es sein können, dass wir schon wieder gesaftakt sind, aber er ist noch gefangen. Wir haben hier in diesem Friedhof zwei Hälften von der Teleport-Spruchrolle gefunden. Die setzt uns dieser NPC zusammen. Und mit dieser Teleport-Rolle können wir hier auf die andere Seite der Wand kommen. Und interessanter Fakt, diese Teleport-Spruchrolle, die haben wir tatsächlich schon. Es gibt nämlich in den Truhen vom Ork-Tempel, die wir ganz am Anfang ausgenommen haben, ist auch einmal diese Teleport-Spruchrolle drin. Wenn man die hier in diesem Friedhof einsetzt, kommen wir damit auf die andere Seite dieser Mauer. Aber wenn man sie in der Overworld einsetzt, ist es ein Teleport, der uns wieder direkt zum Ork-Tempel führt. Also zweimal der gleiche Zauber. Aber je nachdem, in welcher Map wir sind, macht etwas komplett unterschiedliches. Ach was, Poseidon. Wir schätzen dich alle. Sorry, Coma. Nee, nee, alles gut. Wir sind jetzt auch schon wieder fast fertig hier im Friedhof. Der Leiter dieser Expedition, der NPC, der hier mit uns mitläuft, der kommt irgendwie nicht darauf klar, dass hier in diesem Friedhof keinerlei Spuren von seinem Schläfer sind. Wird wahnsinnig und soll von uns umgebracht werden. Wir müssen ihn aber gar nicht töten, wir hauen einfach ab. Also ich könnte so kiesmäßig schon das Schwert schwingen, aber es kostet Zeit. Ja, und ich glaube, da zweifelt ja auch keiner an, dass du in deinem Duell natürlich überlegen wärst. Jetzt muss ich zurückgehen, oder? Tatsächlich storymäßig sind dann auch die Dialoge, die wir danach führen. Die gehen davon aus, dass wir ihn getötet haben. Aber es ist lediglich Voraussetzung, dass er quasi verrückt wird. In der deutschen Version musst du ihn nicht töten. Musst du nicht? Ich dachte, wenn man danach wieder zu Koranga geht, erzählt der Held auch nochmal, dass er ihn umgehauen hat. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Nee, nee, musst du nicht. Wir sollen ihn dann da lassen. Er schickt dann ein paar Leute, um ihm zu helfen. Ah, okay, gut. Da hatte ich gar nicht mehr so im Kopf groß. Wir haben den dritten Platzierten im Turnier. Ah, die große Community hat's gerade im Chat. Und damit sind wir raus aus dem Orkfriedhof. Jetzt gehen wir ins Sumpflager. Dazu klippen wir nochmal hier wieder out of bounds, um dann auf direkten Weg in den Sumpf reinzuspringen. Wir müssen nämlich auch noch einen Sumpfei töten. Das ist wieder eines der Tiere, die wir fürs Ulumulu brauchen. Und von Sumpfeien gibt's hier einen Sumpf genug. Da wird Blue dann nochmal den Glitch benutzen, bei dem er auf die Distanz den Schrumpfenzauber einsetzt, indem er ihn mit einem Eisfeil durchführt. Sumpfei wird geschrumpft, stirbt mit einem Schlag. Und damit haben wir unsere Trophäen für das Ulumulu alle zusammen. Danke, Blutfliege. Ah ja, die Kollisionen, die sind immer interessant in Gothic. Ja. Oje. Egal, geschafft. Ja. Und jetzt, nachdem wir Ewigkeiten eigentlich nur Setups für unsere ganzen Kapitel gemacht haben, fangen wir jetzt mal an, wirklich die Kapitel auch freizuschalten. Das sieht man dann immer. Man erhält so einen Kapitelbildschirm, wenn man ein neues Kapitel betritt. Wir werden jetzt gleich den Kapitelbildschirm vom Kapitel 2 sehen. Also bis jetzt daran war alles nur Kapitel 1. Und sechs Kapitel gibt's insgesamt. Na? Ach, danke, Blutfliege. Ah. Ja, jetzt, weil die Blutfliege hier ist, will der NPC, mit dem wir eigentlich reden müssen, erstmal die Blutfliege umhauen. War aber auch eine sehr, sehr aggressive Blutfliege, die hat uns ziemlich weit verfolgt. Und da habt ihr's grad gesehen, Kapitel 2. Also jetzt geht's langsam los, dass wir auch wirklich unsere Ziele von diesem Speedrun erfüllen. Und von Kapitel 2 bis Kapitel 3 geht's dann aber ziemlich schnell. Jetzt kommt nämlich der Dupe-Glitch, den wir anfangs erwähnt haben. Wir haben ja zwei Minecrawler-Eier, wir brauchen aber drei für Kapitel 3. Das heißt, wir dupen jetzt eins davon. Und um das zu machen, verkaufen wir erstmal unsere beiden Eier an diesen Händler. Oder was heißt verkaufen? Wir schenken sie ihm. Das geht nur darum, dass wir sie in seinem Inventar haben. Dann hauen wir ihn um. Jetzt looten wir ihn. Und sein Lootfenster öffnen wir jetzt mit einem Glitch mehrmals. Das heißt, Blue hat jetzt quasi das Lootinventar von diesem Händler zweimal offen. Dann geht er einmal ins Lootinventar, nimmt dieses Hai raus, schließt das erste Lootinventar, hat dahinter aber noch das zweite offen. Und in dem zweiten Lootinventar ist nochmal wieder das Ei drin. Das heißt, er hat jetzt ein Ei verkauft und dieses Ei dann zweimal wieder aufgehoben. Da kann man auch unendlich Geld mitmachen in dem Spiel. Genau, die Duper Saradocca. Das ist ein Glitch, der von Iwana Saradoc vor ein paar Monaten, glaube ich, entdeckt wurde. Der ist ziemlich aktuell und hat für diese Kategorie die Route schon nochmal deutlich geändert. Ja, ich denke das Dupen und der Chroma-Focus-Clitch, die haben einiges in dem Speedrun geändert. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch an den Anfang erinnern, wo ich angefangen habe zu wandern. Da haben wir mit vier Drachenwurzeln angefangen. Mittlerweile sind wir nur noch bei zwei. Genau. Also die Drachenwurzeln sind quasi unsere Mana-Tränke in diesem Wan. Und je mehr von dem Wan rausgestrichen wird, desto weniger Mana brauchen wir auch. Und damit sind wir in Kapitel 3. Also für Kapitel 3 mussten wir eigentlich nur diese drei Weinquadereier und das Buch, was wir aus der Goppenhöhle geholt haben, mussten wir hier abgeben im Sumpflager. Weil mit diesen drei Eiern und dem Buch konnten die hier ein Ritual durchführen, mit dem sie ihren Schläfer anrufen wollten. Und als Folge von diesem Ritual wird dann die Expedition in diesen Orgfriedhof gestartet. Was wir aber schon erledigt haben hier. Normal macht man den Run im Dunkeln weiter. Ich werde jetzt aber es im Hellen machen. Also nochmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Damit ihr einfach besser seht. Ist ja ein Showcase und kein Weltrekordversuch. Danke dafür. Gerne. Weil das finde ich dann auch blöd in einem Showcase, wenn man nichts sieht. Ja und gerade bei Gothic im Dunkeln kennt man schon teilweise echt wenig. Nur wenn ihr es dann halt selber wandt, müsst ihr es im Dunkeln machen. Also das Spiel, ne? Hier in der Truhe ist jetzt der letzte Fokusstein. Eigentlich müsste man auch eine Quest machen, um an diesen hier ranzukommen. Aber weil wir jetzt schon in Kapitel 3 sind, denkt das Spiel quasi, wir hätten diese Quest schon vorher erledigt. Und deswegen liegt der Fokusstein trotzdem in dieser Truhe. Auch wenn es storymäßig jetzt gar keinen Sinn macht, dass er da drin liegt, weil wir die entsprechende Quest nicht gemacht haben. Mhm. Und damit sind wir auch schon wieder fertig im Sumpflager. Jetzt gehen wir das zweite Mal zu Xardos. Der hat jetzt in der Zwischenzeit die magische Formel fertig, mit der wir unser Schwert aufladen können. Das heißt, die holen wir eben bei ihm ab. Wann bekommt man eigentlich nochmal den Xardos-Teleport? Hm, den kriegst du, also wenn du, du musst ja, wenn du Casual durchspielst, musst du ja die drei Golems umhauen. Mhm. Den Feuergolem, Eisgolem und Steingolem. Jeder von denen lässt ein Herz fallen. Und diese drei Herzen, die gibst du dann bei dem Dämon ab, der unten in Xardos-Turm steht. Und davon kriegst du dann den Teleport nochmal. Schade, weil ich hab mir mal überlegt, einfach mal den Xardos-Teleport zu holen. Aber das dauert dann viel zu lang. Ja, also ich glaub nicht, dass man damit Zeit sparen könnte. Allein schon, weil wir ja die Golems gar nicht töten hier. Ja, vielleicht reindupen, aber da bräuchte man auch erstmal die Herzen. Ja, also es ist bestimmt alles noch irgendwie möglich mit irgendwelchen abgefahrenen Glitches. Also bei Gothic, da gibt's so viele abgefahrene Sachen. Mhm. Ich würd's nicht von möglich halten, auf jeden Fall. Ja. Damit sind wir auch bei Xardos fertig. Jetzt holen wir uns das Ulumulu. Wir haben nämlich unsere vier Kreaturen besiegt, die Trophäen geholt. Das heißt, jetzt kann uns der Ork etwas aus das Ulumulu zusammenbauen. Mhm. Dafür fliegen wir wieder zu der alten Mine. Letztes Mal sind wir durchs Out of Bounds von unten dahin gekommen. Diesmal fliegen wir von oben dahin. Ja, es gibt leider keinen schnelleren Weg zur Zeit. Früher sind wir unten drunter durchgelaufen. Unter Xardos Turm. Mittlerweile fliegen wir drüber. Aber wir haben eigentlich wirklich für diese Strecke keine gute Lösung. Okay, hier schon die Fäuste raus. Er will nicht. Ja, genau. Hier bei den Schrägen ist es dann immer besser, wenn wir nicht mit dem Akrobatik-Sprung hochspringen. Dafür ziehen wir dann unsere Fäuste. Dadurch ändert sich unsere Sprunganimation. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen weiten Sprung nach vorne, sondern eher so eine Mischung aus Laufen und Springen. Und mit diesem Laufsprung kann man auch ganz gut schrägen hochkommen, was mit dem Akrobatik-Sprung nicht geht. Mist. Tony Hawk lässt grüßen. Elegant hier die Kante runtergeslidet. Ja. Jetzt kommt nochmal der Zauberglitch. Wir wählen mit einem Zauber, visieren wir eine Fackel an, die hinter diesem Gitter ist. Dann stecken wir den Zauber weg und werden an die Fackelrand teleportiert. So umgehen wir hier auch das Tor. Wir könnten auch einfach in eins von den Häusern reingehen und dann out of bounds um das Tor rumkommen. Also es gibt wirklich diverse Möglichkeiten, wie man hier die vom Spiel vorgesehene Begrenzung umgehen kann. Dublin ist theoretisch wahrscheinlich schon möglich, nur so spät im Run, das Katapult ist nicht einfach. So spät im Run könnte das ein Run-Killer sein. Man muss auch sagen, das Katapult in Gothic 1 funktioniert sehr anders als in Gothic 2. Also in 1 funktioniert sehr anders als in 2. In Gothic 2 ist das Katapult relativ consistent. Das heißt, wenn du das Katapult irgendwo einsetzt, kannst du auch davon ausgehen, dass es dich durch die Map schleudert. Bei Gothic 1 funktioniert es nur an bestimmten Stellen mit einem sehr spezifischen Setup, wodurch es an vielen Stellen einfach nicht möglich ist, Katapult einzusetzen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie man es machen kann an der Stelle, aber es braucht noch viel Testung, sagen wir es mal so. Aber war weiß. Vielleicht werden wir bald auch all Chapters Runs mit mehr als einem Katapult sehen. Ja. Ja, hier der Sprung, die Kanto ist ein bisschen fies, aber hast ihn wieder gut gemacht. Damit sind wir auch fertig mit der freien Mine. Wir sind jetzt bereit Kapitel 5 zu triggern, müssen auch nur noch mit dem entsprechenden NPC reden. Und hier gehen wir jetzt quasi nochmal die gleiche Strecke wie anfangs. Also wir gehen wieder durch dieses Haus ins Out of Bounds und springen dann ins neue Lager rein. Und da am neuen Lager geben wir dann die fünf Fokus-Steine ab, die wir gesammelt haben unterwegs. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich glaube nicht. Also Troll hast du, Kloster hast du, Bergfestung hast du, Sumpflager hast du. Was war der fünfte? Gute Frage. Du hast auf jeden Fall glaube ich alle. Das werden wir gleich sehen. Mal sie es, mal sie es. Genau. So, Kronos dürfte dann hier wieder rum marschieren. Genau. Mal sehen. Okay, entweder marschiert er oder er ist am Rauchen oder Trinken. Das macht er auch ganz gerne, wenn man hier ankommt. Genau. Und er hat mich ja jetzt auch schon öfter speichern und laden gesehen. Wenn die Leute da trinken oder aufstehen, das ist einfach um die Animation zu skippen. Genau. Nach dem Neuladen geht dann der Dialog direkt los, auch wenn sie eigentlich noch am Trinken essen oder was auch immer waren. Mhm. Hier zieht Blue sein Schwert, um an diesen Wachen ohne Dialog vorbeizukommen. Denn normalerweise wollen diese Wachen uns aufhalten und sagen, du kommst hier nicht weiter. Aber weil Blue sein Schwert gezogen hat, sagen sie stattdessen nur, ey steck mal dein Schwert weg. Und das überschreibt quasi die Warnung, die sie eigentlich aussprechen würden, wenn wir da lang gehen würden. Und somit halten sie uns nicht auf. Datoras hier, mit dem wir gerade reden, das ist der NPC, bei dem wir die ganzen Fokussteine abgeben. Und sobald wir das gemacht haben, kriegen wir den Bildschirm für Kapitel 4. Super. Hat einmal frei geklappt. Milton macht auch mit. Perfekt. Das heißt, Kapitel 5 und 6 fehlen jetzt noch. Wir gehen knallhart aufs Ende zu. Milton, den haben wir jetzt noch nicht gesehen in der Story. Normalerweise hat man schon vorher ein bisschen was mit ihm zu tun. Aber er ist derjenige, der für uns den Zauber sprechen wird, mit dem wir unser Schwert komplett aufladen. Dafür geben wir ihm jetzt die Zauberformel, die wir von Xaytos bekommen haben. Dann erledigen wir noch einmal einen Dialog, dass wir das nächste Kapitel bekommen. Dafür gehen wir das letzte Mal zurück zu den Feuermagiern und drehen hier unten mit Diego. Der ist auch ein NPC, der normalerweise ziemlich wichtig ist in der Story, aber mit dem wir hier im Speedrun quasi noch nicht interagiert haben. Ganz am Anfang haben wir kurz mit ihm geredet, aber ansonsten hat er keine Rolle gespielt hier. Zum Kapitel triggern. Genau. Weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den Feuermagiern, können wir Kapitel 5 triggern. Und bevor wir uns teleportieren, macht Blu hier schon mal das Setup für die Zauber, die du demnächst brauchst. Hinter uns ist der NPC, der uns Kapitel 5 gibt, Gorn. Obwohl wir besaute was noch mit uns reden. Manchmal kann man den Dialog auch umgehen, aber es ist halt Glückssache, wer zuerst spricht. Nochmal mit ihm reden wir über Kapitel 5. Genau. Da seht ihr es. Das heißt nur noch Kapitel 6 fehlt. Und das holen wir uns auch jetzt direkt. Wir brauchen nämlich, um unser Schwert aufzuladen, eine große Menge magische Energie. Die gibt es hier im neuen Lager. Die sammeln hier nämlich im neuen Lager einen großen Erzhaufen, mit dem sie sich aus dieser Gefängniskolonie raussprengen wollen, aus der magischen Barriere, die uns hier gefangen hält. Diesen Plan versauen wir, weil wir stattdessen die Energie aus diesem Erzhaufen nutzen, um unser Schwert aufzuladen. Ah, Mist. Hat sie nicht übersprungen. Und da ist Kapitel 6. Ja, diesen Dialog, den kann man auch überspringen. Das spart dann nochmal 10 Sekunden, aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle 6 Kapitel haben. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch das Spiel regulär beenden, heißt den Endbus besiegen. Und dafür geht es jetzt auch direkt wieder zurück in den Ork-Tempel. Also den Dungeon, in dem wir ganz am Anfang waren. Ich glaube, du kannst dem anderen Bescheid sagen, dass wir langsam Richtung Run-Ende kommen. Ja genau, paar Minuten noch, dann ist der Mann vorbei, hier an die Regie. Mhm. Wie gesagt, in diesem Tempel müssen wir 5 Nebenbassel, also 5 von diesen Ork-Priestern töten. Drei haben wir schon auf unserem ersten Besuch besiegt. Das heißt, wir machen jetzt noch die letzten beiden und dann den Endbass. Mhm. Der Kill für den nächsten Ork-Priestern ist auch wieder der gleiche, wie wir den auch in den kurzen Kategorien einsetzen. Also es ist wieder ein Kill, wo wir nur passiv beteiligt sind. Und der theoretisch auch schon auf Level 1 ohne Schwert und alles möglich ist. Ja, außer man fehlt, dann muss man das Schwert doch benutzen. Genau. Also das ist das Gute hier an dieser Route, wenn man irgendwas nicht hinkriegt. In Neutschepters ist man auch stark genug, um die Priester normal zu töten. Das ist man in den kurzen Kategorien nicht. Aber das ist nicht gut. Er wird schon klappen. Ja, hier wollen wir uns mit einer Verwandlung durch diesen Stein klippen. Normalerweise müssten wir erst ein paar Schalter betätigen, damit dieser Stein verschwindet. Aber mit der Verwandlung können wir einfach reinklippen. Und sparen ist das so. Mhm. Und jetzt als verwandelter Wolf laufen wir an diesem Ork-Priester vorbei. Und weil wir verwandelt sind, fregert sein Dialog nicht, der eigentlich kommen würde, wenn wir hier in menschlicher Gestalt langlaufen würden. Dann positionieren wir uns richtig und verwenden uns zurück. Ah ja, er fehlt. Und jetzt startet hier der Dialog. Oh ja. Ah, das ist ärgerlich. Das Setup sah eigentlich gut aus, aber der Priester... Was eigentlich passieren sollte, ist, dass der Priester hier auf diesen Felsen raufgehen soll. Und dann wird ihn seine eigene Falle töten. Aber jetzt seht ihr stattdessen den mehr oder weniger Casual Kill, bei dem wir ihn einfach mit seinem Schwert umhauen. Wäre das jetzt eine kurze Kategorie, hätte Blue neu laden müssen vor der Verwandlung und das nochmal machen. Aber weil wir hier stark genug sind, um den so zu töten, ist das ein einfaches Backup. Gut, dass das Old Chapters ist. Genau. Und hier gibt es eigentlich auch einen schnelleren Weg rein zu klitschen. Das haben wir ganz am Anfang gemacht, aber da kommt man ein bisschen weiter raus, aber man fehlt das so oft. Ja, und wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, dann wird es schon schwierig, damit noch Zeit zu sparen. Und die Stretty Bullets gemacht hat, die ist super safe. Ja. Jetzt gehen wir schnurstracks in Richtung fünfter Priester. Der ist tatsächlich unverwundbar, es sei denn, wir haben unser Schwert, das wir haben, also das sonderbare Schwert Uriziel. Oder durch Fallschaden, durch extremen Fallschaden. Der ist nämlich so hoch, dass er sogar seine natürlichen Resistenzen von 10.000 überspringen kann. Aber wir töten ihn tatsächlich nochmal mit dem Schwert. Am anderen Ende von dieser Brücke ist der Org Priester. Und wir springen jetzt einmal so einen kleinen Bogen, damit die Templer, die hinter uns sind, uns nicht verfolgen. Und jetzt versuchen wir aus der Distanz den Dialog mit dem Org Priester zu triggern, indem wir ihn abschießen. Und dann im Dialog das Spiel zu laden. Was das macht, ist, das verbuggt das Spiel, sodass das denkt, dass wir noch im Dialog sind. Obwohl wir ja nicht mehr im Dialog sind, uns schon bewegen und schlagen können. Und das führt jetzt dazu, dass wir nicht mehr von Gegner angegriffen werden. Weil die Gegner denken, wir sind noch im Dialog und warten deswegen, bis der Dialog vorbei ist, bevor sie uns angreifen. Und somit können wir jetzt das Ende super safe machen, ohne dass die ganzen Gegner, die hier herumstehen, uns Schaden machen können. Jetzt haben wir alle fünf von diesen Org Priestern getötet. Jeder Priester hat ein Schwert dabei. Und diese fünf Schwerter brauchen wir, um den Endboss zu besiegen. Denn der Endboss hat fünf verschiedene Herzen, die in solchen Schreien drin sind. Und wir müssen jeweils ein Schrein mit einem von diesen Schwertern durchbohren. Und um jetzt auf den direkten Weg zu diesen Schreien zu kommen, geht Blue hier out of bounds. Ich stelle dich jetzt aus, so ein bisschen tricky out of bounds zu kommen. Das kann schnell gehen oder ein bisschen länger brauchen. Aber früher oder später kommt man in der Regel durch. Ist auch ein schöner One-Killer, ganz am Ende. Hast du, ich glaube, du hast gerade noch einen Zauber drin, oder? Ja, mit dem kommt man leichter rein. Echt? Machst du das mit Zaubern? Also ich mache es immer mit Fäusten in die Stelle. Ja, mit Fäusten habe ich so Probleme gehabt. Ich mache es immer mit dem Teleportzauber. Na, jetzt will er aber nicht. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen quasi genau mittig in die Seite rein und hoffen, dass wir dann durchklippen. Weil normalerweise machen wir die out of bounds Clips, indem wir immer in der Ecke nach vorne springen. Aber weil wir nur noch den Akrobatik Sprung haben und nicht mehr den normalen kleinen Sprung, funktioniert es jetzt nicht mehr. Also eigentlich funktioniert es auch mit dem Akrobatik Sprung, ist nur zehnmal schwerer. Ich habe es mit dem Akrobatik Sprung tatsächlich noch nie geschafft, irgendwo rauszuklippen. Och doch, ich habe die Ecken gemacht, weil ich habe das andere mit dem M nicht kapiert. Haha, ok, krass. Aber da bringst du mich auch was, dann weiß ich, was ich bald mal wieder testen muss. Bin gespannt. Da vorne sehen wir auch schon die fünf Schreine. Sobald du das Schwert in den fünften Schrein gesteckt hast, ist Time. Jawohl. Und weil wir den Dialogpitch anhaben, ist auch eigentlich nichts mehr, was jetzt schief gehen kann, weil die Gegner uns nicht angreifen können. Und ihr seht hier die Templer, die kommen auf uns zugelaufen mit gezogenem Schwert, aber bleiben einfach neben uns stehen, weil sie noch warten, dass wir unseren Dialog fertig machen, dass wir angreifen. Genau. Man kann auch winken. So. Ich bin so froh, dass bei dem Run alles geklappt hat, wenn nicht komplett gecrashed ist. Bei mir ist jetzt gleich Time. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen Delay. Aber bei mir, du bist jetzt beim vorletzten Schrein. Und sobald der letzte gleich ist, ist Time. Time. GG. Dankeschön. Ja, also wirklich Astrein lief eigentlich super clean am Anfang. Ein paar Mal neu laden müssen, aber das ist ja normal. Und also sobald du aus dem Tempel rausfährst, war wirklich alles absolut Astrein. Was ist die komplette Zeit? Das sage ich dir gleich, sobald das Delay rum ist. Aber schonmal auch von mir ein GG. Dankeschön. Die finale Zeit ist 1 0 4 38. Ah, fast unter einer Stunde. Ich meine, das ist jetzt auch die Echtzeit. Deine Game Time ist ja auch bei 54 Minuten oder so. Ist das... Was war die Game Time in deinem PB oder so? Äh, die... Mein PB ist 57 Minuten 04. Ja, wir haben am Anfang einmal neu gestartet. Da wurde die Zeit zurückgesetzt. Ach so. Für das 8 Minuten. Also kommt noch ein bisschen was dann auf. Ja. Und danke für die ganzen GG´s im Chat. Dankeschön. Oh, so happy, dass alles geklappt hat. Boah, keine Practice Sales mussten geladen werden. Kein Marvin Mode. Also... Was für immer mehr für ein Jog is Run. Ja. Und wie der Koma schon gesagt hat, falls einer anfangen möchte zu wannen, wir sind immer froh, wenn ein neuer Wander dazukommt und wir helfen uns gegenseitig in der Community. Genau, genau. Und hier geht es auch gleich weiter mit noch mehr Gothic. Als nächstes kommt nämlich der Nachfolger Gothic 2 in einem Race in der Kategorie Any% No Flying. Crazy Dog gegen Karstix. Das ist ein wirkliches Top-Match. Beide waren noch vor recht kurzer Zeit Weltrekordhalter. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Und ich habe gehört, ein Koma hört man da auch wieder. Wie bitte? Ich habe gehört, dich hört man da auch wieder. Ja. Ich glaube, das ist der Plan. Genau. So wurde es mir zumindest mitgeteilt. Jo. Den Stand habe ich auch. Das heißt, ja. Ihr freut euch auf das nächste Race. Nach einer kurzen Pause. Bis dahin. Nochmal Blue-Eight-Surf. Vielen Dank. Gerne. Schönen Abend an alle. Viel Spaß beim Race. Tschüss. Und wir sind weg. Super. Es war kalt. Es war nass. Wir hatten nichts. Wir waren bewaffnet mit einem Plastiklöffel und einem Plüsch einhorn. Mehr hatten wir nicht. Überhaupt nichts. Letztendlich habe ich gewonnen. Ich habe die Transition in die falsche Richtung gemacht. Ein bisschen steht da. Wenn wir weiter mit dem Öffn haben. Außer. Dann gab es einen Pfeil mit einem Plastiklöffel bei Facebook-R청. Untertitelung des ZDF, 2020